ARD Text im Auftrag von Funk Willst du die Anwesenden? Was du wollen auf unserer Hochzeit? Das! Ich hab gegen das Mädchen keine Chance, aber als Wehrwolf wär das was anderes. Er wird uns alle wieder in Monster verwandeln. Ich verwandle ja nicht uns alle, nur mich. Ganz toll, Max. Und wo fliegt sie hin? Loch Ness. Und jetzt will sie das Monster von Loch Ness holen. Das ist lächerlich. Nessie existiert doch gar nicht. Sagt die Vampirfrau zum Wehrwolf. Wir müssen schnell zum Jet. Stopp! Jet. Sanfte Landung. Kann mal jemand die Heizung anmachen? Da steht wohl jemand auf das schräge Mädchen, das rumfliegt und Monster fängt. Gar nicht. Sie liegt hinter dem Zeitplan. Sie hält Händchen mit. Einem Monster? Gute würden das, was du machst, nicht machen. Das hat alles seinen Grund. Und welcher soll das bitte sein? Was haben Dracula, Baba Yaga, Nessie und der Yeti gemeinsam? Definitiv Mundgeruch. Happy Family 2. Mit den Stimmen von Joko Winterscheidt. So ist es. Und Oliver Kalkofe. Ja! Let's go! In Kino. In Kino. In Kino. In Kino. In Kino. In Kino.